So, jetzt bin ich auf der Goldbergspitze und hier die Glocknergruppe mit dem höchsten Gipfel, den Großglockner, der Kaiserwetter, da sieht man den Brettsee, ein Stück, da unten, der Goldbergkäs, das ist ein Brautraut, da kann man so Zypralgewässer aus, so, da ist auch ein Gehäck, Gehäck, Schmerze, die Glockstege zum Zettelhaus, zum Zettelhaus, zum Zettelhaus, zum Zettelhaus, zum Zettelhaus. und 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 Rune, zum Zettelhaus, zum Zettelhaus, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Eis schwindet schon, das sieht man auch da oben Zum Mittagessen So, wo haben wir denn? 11 Uhr 22 Uhr 1 Uhr 22 Uhr 1 Uhr 22 Uhr 1 Uhr 22 Uhr 1 Uhr 22 Uhr 2 Uhr 22 Uhr 2 Uhr 22 Uhr 2 Uhr 22 Uhr 2 Uhr 23 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 Uhr Vor allen Dingen weich ist der Schnee, aber da drüben ist der Gletscher. Ohne Bedeckung schwarz, wo ist Dreck drauf. Das ist alles am Auseinanderbrechen. Wasser, Frost, Eis, sprengt alles auseinander. Das ist auf der Höhe. Das ist auf der Höhe. Das ist auf der Höhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!